Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt Kaffee? Ja, gerne Ich glaube, ich ziehe mir doch erst mal was an Ja klar, da ist die Zeit Einen Kaffee sollte ich noch alleine hinkriegen Carla Das mit dem Kuss gestern Ich hoffe, ich bin da nicht zu weit gegangen Warum meinst du? Schau, ich bin echt froh, dass ich dich kennengelernt habe Das bin ich auch Und ich fände es wirklich schade, wenn du dich jetzt von mir zurückziehen würdest Warum sollte ich das tun? Ja, es war ja alles nur ein Spaß Schau, ich stehe definitiv auf Männer Aber ich meine, die Typen von gestern, die können ruhig glauben, dass ich eine Lesbe bin Pass auf, drei Minuten, dann können wir loslegen, okay? 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 Untertitelung des ZDF, 2020